Meine Damen, meine Herren, herzlich willkommen bei den Pretty Old Pixel. Mein Name ist Alexander und ich freue mich, dass ihr zum Abschlussgespräch des Spieles Oil Imperium hineingeschaltet habt. Und wie immer bin ich nicht allein beim Abschlussgespräch, sondern Selma ist mit dabei. Hallo Selma. Hallo Dirk, äh Alexander. Liebe Zuhörer, das war gerade die Retourkutsche, weil ich habe im Vorgespräch Selma mehrmals Dirk genannt. Das ist okay Selma, ich habe es nicht anders verdient. Eigentlich ehrlich gesagt nicht, weil wir ja sonst, das war eigentlich für mich die Überleitung dahin zu erklären, dass Dirk heute nicht dabei ist. Ja dann erklär mal, wo der Dirk ist. Ja Dirk haben wir rausgeworfen, wir wollen mit Dirk nichts mehr zu tun haben. Nein, wir haben uns überlegt, dass wir jetzt in Zukunft, und ich glaube wir hatten das auch schon mal, bei einigen Gesprächen halt immer nur zwei von uns mit in das Gespräch nehmen wollen, die auch so ein bisschen was von dem Spiel wissen. Dirk hat das mit Sicherheit nicht gespielt und Wirtschaftssimulationen sind halt nicht seins. Und ich glaube dann ist seine Beigabe, hätte ich jetzt fast gesagt, wie soll ich das nennen, sein Beitrag oder seine Unterstützung zu der Bewertung oder dem Abschlussgespräch eher geringer. Das hat man ja schon mal, dass Dirk dann halt eine halbe Stunde lang irgendwie gar nichts gesagt hat, weil wir uns über Battle Eye 2 unterhalten haben. Und ich glaube in Zukunft bringt es das dann eher, wenn wir das dann unter uns drei so ein bisschen aufteilen, dass man immer zwei von uns hat und einen Gast, aber zumindest immer zwei von uns, die sich so ein bisschen auch für das Genre oder das System interessieren. Ja, ich finde die Idee ganz gut, lass es uns so machen, aber wir müssen auch ganz ehrlich sein, wir hatten ja jemanden schon eigentlich angeteasert, nämlich den Jürgen von den drei von den Zankstellen beim letzten Mal, aber leider ist der Jürgen verhindert, sodass wir dann wirklich entschlossen haben, es dann zu zweit zu machen mit dem Hintergrund, was jetzt auch der Selma erzählt hat. Das heißt, wenn wir keinen anderen Experten dabei haben, dann sind wir zu zweit. Wenn wir mal wieder einen Experten haben, dann kann es durchaus sein, dass wir mal wieder zu dritt sind. Jo, und noch eine Sache, die neu ist, die ich dir vergessen habe eben zu erzählen, aber die dir auch nicht aufgefallen ist. Ich habe in der Bewertungsvorlage, die wir hier haben sozusagen, das ist so ein Excel-Dokument, habe ich ein paar Punkte umgetauscht. Und zwar haben wir sonst immer mit der persönlichen Verbindung zum Spiel und dann Grafik und so weiter fortgesetzt und ich habe mir überlegt, dass es vielleicht für den Zuhörer besser ist, bevor wir zu den ganzen Details und technischen Dingen und der persönlichen Meinung zu dem Spiel kommen, dass es vielleicht sinnvoll ist, am Anfang erstmal zu erklären, was für eine Story hat das Spiel überhaupt? Ich meine, das Genre und so haben wir ja schon gesprochen und wie ist das Gameplay von dem Spiel und dass man dann von da aus die anderen Punkte ja runterbricht, weil ich bemerkt habe auch, dass wir öfter in die Situation gekommen sind, wo wir über Grafik oder sowas gesprochen haben und dann gleich ins Gameplay abgerutscht sind. Wollen wir mal ausprobieren, wie das jetzt andersrum ist. Ich finde die Idee auch sehr gut. Mir war das gar nicht aufgefallen, aber ich muss auch gestehen, es konnte mir auch deshalb nicht auffallen, weil ich die Beiträge in allerletzte Sekunde eingetippt habe und ich einfach nur froh war, alles drin zu haben. Ich glaube aber trotzdem, dass es eine sehr gute Sendung für die Zuschauer wird und ich würde sagen, Selma, lass uns direkt einsteigen, oder? Ja, legt los mit den technischen Details. Mit den technischen Details. Also, das Spiel Oil Imperium, 1989 erschienen, also vor 30 Jahren, programmiert durch drei Studenten oder vier, ich bin mir da nicht mehr ganz sicher, die einen Kontakt mit der Firma Reline hatten, Reline aus Hannover und dann von ihnen den Auftrag erhalten haben, das Spiel Oil Imperium zu erstellen, was sie dann auch gemacht haben. Es war auch ihre erste Programmier- und Auftragsarbeit, sie waren dort als Freelancer angestellt und zwar haben sie die Amiga-Version erstellt. Es gab dann später noch Portierungen und zwar für den Atari ST, für den PC und für den 64er und wir hatten ja in der vorletzten Folge Selma ja einen ganz tollen Interviewgast, den Tobias Richter bei uns in der Sendung und er hatte uns dann auch erzählt, das er ein ganz großes Vorbild hatte und zwar war das Ports of Call. Auch eine Wirtschaftssimulation, die für den Amiga damals erschien und wirklich grafisch gesehen eine sehr runde Sache war, vom Spiel geschehen. Naja, das ist mal vielleicht ein anderes Thema und das ist vielleicht mal ein Thema, wo wir auch mal ein Replay machen, aber das setzt voraus, dass entweder du oder ich mal eine Originalversion des Spiels haben. Ich habe die PC-Version von Ports of Call. Na super, dann sollten wir mal irgendwann über ein Replay darüber nachdenken. Ja, wir können ja drüber nachdenken. Apropos PC-Version, mir ist vorhin, als ich meine Liste in Ruhe ausgefüllt habe, aufgefallen, dass die Amiga-Version hat zwei Disketten, glaube ich, ne? Ja. Ich meine, oder die Atari? Also eine von beiden hat auf jeden Fall zwei Disketten. Ja, auch die vier 60er. Ah, okay. Und die PC-Version hat sechs. Oh. Und das Ganze ist CGA. Ich weiß nicht, was die mit dem Diskettenplatz gemacht haben. Es sind wahrscheinlich 720 KB Disketten, aber trotzdem ist das ja reichlich viel für Vier-Farben-Grafik. Also, keine Ahnung, was da passiert ist. Oder gibt es auf der Diskette noch CGA, EGA, VGA-Grafik und bei MobiGames sind die Bilder dazu nicht eingestellt. Also, keine Ahnung. Ich muss gestehen, ich am PC hatte auch nur die CGA-Version und von daher habe ich das einmal bei einem Freund gesehen und war von der PC-Version bedient. Die habe ich dann nie wirklich gespielt. Also, das sieht wirklich nicht spielbar aus. Das glaube ich. Ich hatte die PC-Version angespielt, weil ich ja auch eine Portierungsfolge ja gemacht habe. Und da war es tatsächlich auch die CGA-Version. Also, ich habe versucht, bei YouTube andere Videos zu finden, weil ich auch interessiert daran war, was für eine Grafik da verwandt worden ist. Denn auf der Verpackung stand irgendwas von EGA. Aber davon habe ich nichts gesehen. Und es gab auch kein Auswahlmenü am Anfang, wo man die Grafik hätte auswählen können. Und sechs Disketten. Also, die Sound-Effekte können es nicht sein. Denn, wenn ich es richtig mitgekriegt habe, gab es einen einzigen Sound-Effekt. Und zwar, wenn man erfolgreich gebohrt hat und das Öl aus dem Bohrturm sprach... Ach, beim Telefon doch bestimmt auch. Nein, ich habe kein Telefon gehört. Okay. Ich habe kein Telefon. Aber gut, ich habe auch nur 10, 15 Minuten gespielt. Aber so häufig, wie das Telefon klingelt, hätte ich es hören müssen. Ja. Also, sehr merkwürdig. Die PC-Version, die war, glaube ich, auch nicht eine Version, die vom Tobias geliebt wurde, oder? Nee, das Gefühl hatte ich auch. Er wollte damit nicht so in Verbindung gebracht werden. Verstehe ich. Also, ja. Ich habe, wie gesagt, die gleiche Version angespielt, die du hast. Und da sah die Grafik natürlich nicht so toll aus. Die Story. Soll ich die mal kurz zusammenfassen, Selma? Ja, bitte. Also, im Spiel ist man schlicht und einfach der Manager einer internationalen Ölfirma. Ziel des Spieles ist es, mit seiner Ölfirma sehr viel Geld zu verdienen. Es gibt verschiedene Zieloptionen, die man einstellen kann. Ich glaube, insgesamt vier oder fünf. Zum Beispiel, besser nach drei Jahren. Oder wer zuerst 60 Millionen Dollar besitzt. Oder wer zuerst alle Mitspieler in den Bankrott treibt. Und das ist eigentlich alles. Also, wirklich eine Wirtschaftssimulation mit dem Ziel, im Ölgeschäft erfolgreich zu sein. Es davor, glaube ich, und danach nicht mehr gab, oder? Das ist eine sehr gute Frage. Lass uns mal Revue passieren. Es gab, glaube ich, vorher schon mal ein Ölspiel aus den USA, ich glaube, von Epix, wo man doch auch so ein Spielbrett hatte mit ganz vielen kleinen Pappschachteln, nicht Pappschachteln, Pappplättchen, Aufstellern. Aufstellern. Okay. Da kann ich mich gar nicht daran erinnern. Oder so ähnlich, so muss es geheißen haben. Und es war ein Epix-Spiel, weil ich kann mich daran erinnern, dass es eins dieser coolen Neon-Cover war, ne? Schwarz-Neon. Ach, stimmt. Oil Barons gibt es noch, ja. Und es gab noch Big Oil für Windows. Okay, das sagt mir gar nichts. Weißt du noch, wann das war? 2005. Von, ach du Scheiße, Dartmoor Softworks und Drago Entertainment. Aber es ist GmbH, also scheint auch irgendwie was Deutsches zu sein. Ach, Oil Tycoon 2. Ja, okay. Oil Tycoon 1 scheint es dann ja wohl auch noch gegeben zu haben. Okay, ich nehme es wieder zurück. Gab doch einige Ölspiele. Naja, 53 Punkte bei Moby Games ist jetzt auch nicht die Hammerwertung. Also, ja, es ist ein Genre, was anders wie Transport Tycoon oder Railroad Tycoon irgendwie nicht so richtig in den Gang gekommen ist. Ja, wahrscheinlich für eine sehr spitze Zielgruppe. Und ich glaube, mit dem Spiel könntest du heute gar nichts gewinnen. Wie viel hatten die Grünen bei der Europawahl? Ja, okay, aber, ja. Da machst du halt Solar Tycoon draus. Genau, genau. Auch eine gute Idee. Wie dann alle von den Chinesen plattgemacht werden. Und dann Handelskrieg entfällt. Genau. Das wäre super. Gut. Ja, Gameplay, Selma. Insgesamt vier Spieler konnten mitspielen. Ja, okay. Fangen wir mit dem Positiven an. Stimmt. Man kann das mit vier Spielern spielen. Oder man muss es immer mit vier Spielern spielen. Man kann es mit vier menschlichen Spielern, mit bis zu vier menschlichen Spielern noch spielen. Also mit Couch-Koop oder Hotseat oder wie man das nennen möchte. Das ist das Positive. Das Negative aus heutiger Sicht, damals ist mir das nicht so vorgekommen, fand ich, dass man relativ wenig Wirtschaft in der Wirtschaftssimulation hat. Es gibt relativ wenig Optionen, um das ganze Geschehen wirtschaftlich zu beeinflussen. Ich kann nicht irgendwie eine Pipeline bauen oder ich kann nicht entscheiden, ob das vor Ort raffineriert werden soll oder ob ich die Lokal irgendwo hin, das Rohöl lokal verschiffe. Ich kann nicht entscheiden, an wen ich das Öl liefere oder an wen ich das verkaufe und sowas. Also diese ganzen wirtschaftlichen Dinge sind da eher weniger prägnant, oder? Nee, bin ich bei dir. Aber es ist ja auch keine Simulation der Lebenswirklichkeit gewesen, sondern ein Spiel. Und da frage ich mich, wie viel Spaß hätte es mir denn gemacht, zu entscheiden, ob ich Refernerie A, B oder C nehme, die dann hinterher aus meinem Rohprodukt was Besseres machen. Ich weiß nicht, ob das so spannend ist. Und ich muss auch gestehen, dass bei vielen Wirtschaftssimulationen, die es heute gibt, mir diese Detailfülle auch so ein bisschen abschreckt. Und das ist das Schöne an dem Spiel hier, dass es sehr einfach gestrickt ist und deshalb auch meiner Meinung nach sehr schön zugänglich ist für die Spieler. Das stimmt. Zugänglich ist es auf jeden Fall. Aber ich sag mal, für mich als Spieler, als Simulationsspieler ist es viel zu flach. Ich meine, die anderen Optionen will ich ja drin haben, um irgendwie Micromanagement nochmal mehr optimieren zu können. Aber das gibt es gar nicht. Hier gibt es nur riesiges Makromanagement. Und da gibt es auch nicht viel. Ich kann mir aussuchen, wo ich bohre, was für Tanks ich kaufe. Und dann kann ich noch halt illegale Aktivitäten machen, die eigentlich aus meiner Sicht ein bisschen zu stark sind oder zu zufällig. Ich weiß es nicht. Irgendwie habe ich die nicht mehr so krass in Erinnerung gehabt. Oder wir haben die früher einfach nie benutzt. Das kann natürlich auch sein. Vielleicht war es so, ja. Beim Gameplay sollten wir aber vielleicht doch auf die einzelnen Mechanismen eingehen, oder? Wenn du möchtest, gerne. Es sind ja nicht so viele. Also, was muss der Spieler machen? Der Spieler muss zunächst einmal Ölfelder kaufen. Er muss diese Ölfelder untersuchen vorher natürlich, ob es sich lohnt, dort Öl zu fördern oder nicht. Denn man kann sehr schnell Geld verlieren, indem man wirklich ein Ölfeld kauft, was unrentabel ist. Und wenn man dann ein Ölfeld gekauft hat, dann muss man nach Öl bohren. Das wird mittels eines Minispiels gemacht, was sehr witzig ist, wo man den Bohrkopf lenken muss durch verschiedene Gesteinsschichten. Das ist ja nett gemacht. Man muss Tanks kaufen, um das Öl dort zu lagern. Man muss das Öl dann auch verkaufen, weil irgendwie muss man ja Geld verdienen. Und dort gibt es leider, muss man sagen, leider auch ein Minispiel und zwar ein Pipeline-Spiel, wo man zwei verschiedene Pipeline-Enden mit vorgefertigten Modulen verlegen muss. Gleichzeitig gibt es aber einen Computergegner, der auch versucht, auf der anderen Seite die Pipeline-Verbindung herzustellen. Und wenn er zuerst es geschafft hat, dann ist es auch vorbei. Und man kann dann nicht mehr Öl verkaufen. Das ist das zweite Minispiel, was häufiger von den Spielern gespielt werden muss. Was man auch machen kann, ist Saboteure zu engagieren, also Personen, die für einen Wettbewerber schädigen. Da kann man den Kurs manipulieren. Man kann Ölfelder in Brand stecken. Man kann auch das Barkapital angreifen. Also es gibt verschiedene Optionen, die man auswählen kann. Und um sich dagegen zu schützen, kann man auf der anderen Seite sich Detekteien engagieren, die dann je nach Wertigkeit dazu in der Lage sind, Angriffe von anderen Wettbewerbern abzuwehren. Das ist sehr schön gemacht. Die teuerste Detektei zum Beispiel hat Anleihen an Miami Wise. Das Spiel hat eh sehr viele Anleihen an bestehende, bekannte Fernsehserien, die heute keiner mehr kennt, aber die früher jeder kannte. Und das ist ganz witzig gemacht. Und wenn ein Ölfeld brennt, kann man entweder das Ölfeld löschen lassen durch einen Experten oder aber man löscht es selber. Und das ist dann wieder so ein Minispiel, wo man dann mit einem Männchen versuchen muss, Dynamit möglichst nah an die brennende Ölquelle zu setzen und dann rechtzeitig den Ort zu verlassen, bevor die Dynamitstange hochgeht und damit dann das Bohrloch löscht. Das sind die Spiele. Eine ganz große Besonderheit ist, dass die Spieler nacheinander spielen, und zwar monatsweise. Man hat einen Monat Zeit, um seinen Spielzug zu machen. Jede Aktion dauert unterschiedlich lang. Eine normale Bohrung beispielsweise dauert sechs Tage. Das Lesen der Zeitung kostet einen Tag. Das Engagieren einer Detail kostet einen Tag. Und so ist ein Monat sehr schnell vorbei. Und wenn der Monat vorbei ist, kann man nichts mehr machen, sondern dann kommt direkt der nächste Spieler dran. Habe ich was vergessen, Selma? Nee, ich glaube, du hast es ganz gut umschrieben. Und jetzt, wo du es eigentlich so nochmal auseinandergedröselt hast, ist es eigentlich so eine Brettspielumsetzung gefühlt. Also es gibt nicht viele Optionen. Ich könnte mir das als Brettspiel gut vorstellen. Wahrscheinlich gibt es auch schon so in diese Richtung ein Brettspiel. Selma, welche persönliche Verbindung hast du mit dem Spiel? Also du hast erzählt, du hast es beim Freund gesehen? Genau. Ja, beim Freund von meinen Eltern. Also bei Bekannten sagt man dann, glaube ich. Der hatte das. Und der hatte Oil Imperium. Und ich kann mich noch an so ein 3D-Tetris-Spiel erinnern. Und das 3D-Tetris-Spiel sah schon richtig scheiße aus. Aber es sah immer noch besser aus wie Oil Imperium. Das sind so meine frühen Erinnerungen an Oil Imperium. Und irgendwann, das muss dann schon 1991 oder so gewesen sein, hatte das dann ein Freund auf dem Amiga. Und dann haben wir das ab und zu mal auf dem Amiga so gegeneinander, miteinander gespielt. Also es war eher so, dass jeder eine eigene Agentur hatte und wir dann eher gegen den Computer gespielt haben. Und damals kann ich mich daran erinnern, dass das schon mir recht komplex vorgekommen ist. Aber das hat sich dann später ja als falsch rausgestellt. Aber da kommen wir ja gleich noch zu. Also ich habe es vielleicht, keine Ahnung, 10 Stunden? Wahrscheinlich nicht mal so viel gespielt. Also wir haben es immer mal zwischendurch so eine Runde gespielt. Aber wir haben es nie lange am Stück gespielt, weil wir dann halt relativ schnell immer kaputt waren oder frustriert waren, weil alles abgebrannt ist oder kaputt gegangen ist oder so. Ach, das kann ich verstehen. Ich habe es relativ lange gespielt, aber das liegt auch daran, dass ich es mir im Original gekauft hatte, weil ich es in irgendeiner Zeitschrift gesehen hatte und das Thema toll fand. Und wie es dann so ist, man hat natürlich nicht so viel Geld als Schüler und dann spielt man halt das, was man dann halt wirklich gekauft hat, hat dann auch länger. Ich habe es aber leider nie im Multiplayer gespielt. Ich konnte irgendwie meine Freunde nicht dafür begeistern. Die fanden das Spiel langweilig. Also habe ich es immer im Singleplayer gespielt. Oder es liegt an meinen charakterlichen Zügen. Du hast ja beim Multiplayer gesehen, dass ich ja auch manchmal etwas fies sein kann. Nee, ich glaube, du bist ja ein paar Jahre älter wie ich und ich glaube, für die jüngere Generation, als das Spiel damals aktuell war, für die ist das nicht. Ich hatte auch immer das Gefühl, es sind zwar diese Minispiele da drin, wo so ein bisschen Action mit drin ist, aber das ist halt irgendwie nicht genug gewesen. Entweder spielst du das oder du spielst Wings of Fury oder so. Dann doch lieber Wings, weil da passiert halt mehr. Und ich muss auch ehrlich sagen, dass wir halt das aus Langeweile gespielt haben, weil wir halt alles andere dann irgendwie schon mal gespielt hatten und da keine Lust mehr zu hatten. Dann haben wir das halt noch mal reingeworfen. Aber das war jetzt nie wirklich so, dass es das Spiel war, wenn ich mich mit meinem Freund getroffen habe, dass wir gesagt haben, oh, jetzt treffen wir uns mal einen ganzen Nachmittag und spielen nur Eul Imperium. Das war eher so, oh ja, ich muss jetzt in einer Stunde nach Hause. Was spielen wir denn jetzt noch? Oh ja, gut, dann spielen wir halt Eul Imperium. So war es eher. Ja, kann ich mir gut vorstellen. Das ist ja auch so ein schönes Zwischendurchspiel, aber da kommen wir zum Schluss drüber. Okay. Wie fandest du denn die Grafik, Selma? Also ich muss sagen, dass ich die Grafik aus heutiger Sicht besser fand, wie ich sie in Erinnerung hatte. Also ich habe die ziemlich karg in Erinnerung gehabt und nicht so wirklich attraktiv. Aber wenn man sie heute sieht, gerade diese isometrischen Perspektive und so, das hat ja schon so einen leichten, ja, wie soll ich sagen, Modellbau-Charakter oder so ein Modelleisenbahn-Charakter. Erdkunde-Buch. Ja, oder genau, genau, Erdkunde-Buch. Ja, ja, stimmt, auch. Und das hat mir wirklich ziemlich gut gefallen, diese unterschiedlichen Büros, die es da gab. Die waren alle ganz nett. Die waren alle ein bisschen kark. Also da in dem einen Büro, meine ich, gab es ja im Hintergrund mal so eine Boeing oder was das war. Also so ein Flieger, der da hin und her geflogen ist. Aber an sich passierte da relativ wenig auf dem Büroscreen. Das fand ich ein bisschen schade. Und ja, diese Excel-artigen Tabellen hinterher, fand ich jetzt auch mit viel Grau und so, das hat mir auch nicht so gut gefallen. Aber das ist rein aus heutiger Sicht, damals fand ich das voll okay. Also es ist eine okaye Grafik, würde ich sagen, wenn man den Amiga betrachtet. Wenn man zum C64 geht, muss ich sagen, finde ich die auch noch überraschend gut. Atari ist ein bisschen blasser und PC haben wir ja schon drüber gesprochen. Sehe ich genauso. Also die Amiga-Version ist auch die beste. Und die Aussagen, die wir jetzt hier alle getätigt haben, die beziehen sich ausschließlich auf die Amiga-Version. Und du hast eigentlich alle schon gesagt, ich fand die Grafik auch sehr schön, damals schon. Und ich finde auch, dass es überraschend gut gealtert ist für Spiele, wenn man das vergleicht mit anderen Spielen. Was ist da der Titelscreen? Aber da hatten wir uns ja mit Tobias schon drüber unterhalten. Genau, also Titelscreen. Und ich finde manchmal die einzelnen Grafiken etwas tröge. Ich hatte ja auch erzählt, dass ich es ja geschafft habe, das Spiel zu Ende zu spielen und zu gewinnen. Und da war das wirklich nur ein einfaches Menü, bei dem ich beglückwünscht worden bin und direkt gefragt wurde, willst du es nochmal spielen? Und das ist natürlich keine Motivation dann am Ende, wenn es wirklich nur so eine recht blasse Menüabfrage ist. Was ich toll fand, war, dass das Spiel den Computer benutzt als Werkzeug, also den Computer im Computer. Bestimmte Aktionen, wie zum Beispiel Land kaufen oder Öl verkaufen, muss man über einen Computer machen, der auf dem Schreibtisch steht. Und je nach Portierung handelt es sich dann auch um ein Computersystem, was in der Portierung dann drin ist. Beispielsweise bei der Amiga-Version ist es dann der Amiga 2000, der dort abgebildet wird. Auch der Monitor wird gezeigt. Das Gleiche gilt beim 64er und auch bei der PC- und der Atari-Version. Das fand ich eine ganz coole Idee und das hat mir sehr gut gefallen. Und ich bin bei dir. Ein paar Animationen wären auch nicht schlecht gewesen. Der eine Flieger, der dort über die Landschaft fliegt, das ist schon ein bisschen wenig. Und ich muss gestehen, ich weiß nicht, ob das nicht vielleicht sogar nur bei dem Büro der Fall war. Also dieses große Büro. Da musste ich auch kurz überlegen, weil ich glaube, bei dem Büro zum Beispiel mit diesem Kamin, das hatte ich ja ausgesucht. Also in unserer Koop-Folge meine ich. Und da war, glaube ich, nichts. Da kann ich mich auch nicht dran erinnern, da was gesehen zu haben. Ich achte nochmal drauf. Und liefere es nach, wenn da was sein sollte. Ich glaube, da war nichts. Aber viel Sound war da auch nicht zu hören, um das Thema zu wechseln. Nee, du hast recht. Also ich musste wirklich drüber nachdenken. Du hattest ja jetzt nochmal gesagt, beim Bohren. Ja, das stimmt. Da kann ich mich auch dran erinnern. Und ich glaube, bei diesem Pipeline-Leg-Minispiel, da gab es auch immer so ein klickendes Geräusch. Aber Sound ist sehr wenig. Plus Telefon klingelnd, da ist uns nicht mehr viel, oder? Der Ticker war nochmal bei diesem Monatsabschluss. Stimmt. Hatte der Ton? Ja, der hatte Ton. Ah, okay. Den konnte man leicht hören. Und ja, beim Bohren, wenn man Erfolg hatte, dieses Dü-Dü-Dü-Dü-Dü-Dü-Dü-Dü-Dü-Dü-Dü. Das konnte man hören. Aber sonst nicht sehr viel. Schade. Schade, denke ich auch. Da wäre mehr drin gewesen. Vielleicht wäre es auch schön gewesen, ein Klickgeräusch zu hören, wenn man ein Menü anklickt, damit man weiß, dass der Befehl auch akzeptiert worden ist. War leider nicht drin. Aber okay. Würde man heute anders machen. Ja. Und bei der Musik, da würde man heute, glaube ich, nicht viel anders machen, oder? Schöne, gefällige Melodien. Insgesamt drei Stück, wenn ich mich recht entsinne. Intro-Musik und dann bei den beiden Minispielen gab es auch jeweils Musik. Und ich fand, die hörten sich sehr passabel an. Ah, okay. Also ich habe mich nur an die Intro-Musik erinnert und die fand ich wirklich super. An die anderen beiden kann ich mich jetzt nicht mehr so genau erinnern. Also, das sind noch zwei Stücke und die sind nicht ganz so gut wie die Intro-Musik, aber auch nicht schlecht. Und hast du dir mal die Intro-Musik vom 64er angehört? Nee. Mach das mal. Das lohnt sich. Das ist echt sehr schön. Also die ist echt gut für den 64er. Oh, okay. War ich angenehm überrascht. Das darfst du so nicht sagen. Es gibt ja einige gute Musikstücke, sage ich mal, auf dem C64. C64, jetzt kannst du nicht sagen, das ist relativ gut für den C64. Nein. Das kann man beim PC-Piep, sag mal, sagen. Ich bin bei dir. Ich glaube, für die Aussage wäre ich jetzt von Patrick auch auf der Lieblingsliste gestrichen. Zu Recht. Nein, aber wenn man vorher nur die Amiga-Version gehört hat und dann die 460er-Version und das dann vergleicht, da war ich dann wirklich überrascht, wie gut die 64er-Version ist. So habe ich das gemeint. Sehr gut. Ich hoffe, wir verlieren nicht allzu viele Abonnenten dadurch, aber okay. Gut. Was hat dir denn Spaß gemacht am Spiel? Also, der Mehrspieler hat schon wirklich Spaß gemacht, weil man da die Interaktion natürlich mit dem anderen hat, den auch eine Agentur irgendwie auf den Hals hetzen kann und sich auch darüber freuen kann, wenn dessen Öllager in die Luft gehen oder dessen Ölquelle brennt und so. Das hat schon Spaß gemacht, wirklich für einen gewissen Zeitraum, den wir gespielt haben. Es ist jetzt aber nicht so, dass ich sage, das hatte ich ja schon mal gesagt, dass mich heutzutage dieser Wirtschaft-Simulationsteil noch wirklich motivieren würde, weiter zu spielen. Also, der hat mir irgendwie zu, der war zu flach. Ich habe das Gefühl, der Simulationsteil ist irgendwie so 50 Prozent und 30 Prozent und 30 Prozent sind die Minispiele und nochmal 40 Prozent sind dann diese, ja, gemauschelten Sachen mit den Agenturen und so. Und das war mir irgendwie, das Verhältnis fand ich nicht gut im Nachhinein. Früher hat mich das nicht gestört. Früher fand ich das auch. Früher fand ich das ganz nett. Ja, also ich fand das Spiel spannend am Anfang, bis ich wirklich dann festgestellt habe, wie trivial es doch am Ende ist und dass die Komplexität, die man eigentlich erwartet, so wie du es auch sagst, nicht vorhanden ist. Und ich bin bei dir. Ich finde, die Verteilung der Spielelemente, wenn man das wirklich prozentual sich anschaut, auch nicht ganz gelungen im Nachhinein. Diese Sabotage-Geschichten fand ich zum Beispiel zu nervig, vor allem, weil die direkt vom Anfang an sind. Also direkt im ersten Spiel kann es wirklich schon passieren, dass einem die erste Ölquelle brennt. Es gibt keine Möglichkeit, erstmal sein Reich aufzubauen und zu sichern, bevor es losgeht. Es gibt sowieso keine Möglichkeit, es zu sichern, oder? Das ist ja zufällig. Ich meine, du kannst eine Agentur aussuchen und du weißt nicht, ob die wirklich gegen den anderen Angriff hilft. Du weißt doch nicht, ob du angegriffen wurdest. Du weißt doch nicht, ob die überhaupt irgendwas gemacht hat. Also das ist alles, es gibt einem keine wirkliche Sicherheit. Das ist so dieser Mario Kart Faktor, weißt du? Du bist so am Gewinnen und dann kommt so eine scheißrote Kröte von hinten und dann bist du letzter. Das ist auch kein Spiel für mich. Du hast alles richtig gemacht. Du hast drei Runden lang alles richtig gemacht, nur um am Ende dann ein zufälliges Würfelergebnis abzubekommen. Und das sind einfach keine Spiele, die ich wirklich mag. Das stimmt. Früher ist mir das nicht aufgefallen, glaube ich. Nee, das stimmt. Aber bei Mario wissen wir ja, dass das Spiel aktiv cheatet. Da weiß man es halt nicht. Und da steht man echt so ein bisschen unschlüssig dort und weiß nicht, warum jetzt plötzlich was schiefgegangen ist. Und die Ereignisse sind einfach zu häufig. Also das fand ich dann wirklich nachteilig und das hat mir den Spaß dann doch ein bisschen verdorben, weil es ist ja keine brennende Ölquellen-Simulation, sondern die Simulation einer Ölgesellschaft. Und das ist natürlich was ganz anderes. Bin ich bei dir. Bist du denn mit der Steuerung zurechtgekommen oder hattest du da Probleme? Naja, also du hattest ja sozusagen, als wir zusammen gespielt haben, das übernommen. Und als ich alleine gespielt habe, habe ich irgendwie den Joystick so mehr oder weniger. Also ich habe das Gefühl, dieses Bohren und so, das ist irgendwie, das funktioniert nicht richtig. Aber das hatte Tobias ja auch irgendwie schon angedeutet, oder? Also er hätte ja gesagt, dass das ein Riesenproblem war mit diesen Minispielen. Ich, keine Ahnung, also ich glaube, man kann da irgendwie den Dreh rausfinden und das. Also mir hat das nicht gut gefallen, diese Minispielsteuerung. Auch hinterher das Ölpipeline legen fand ich nicht gut. Das brennende Ding habe ich nicht, also das Löschen, die Löschen-Minispiel habe ich jetzt nicht ausprobiert. Aber die, insgesamt die Menüsteuerung mit Maus und so, das ist alles top. Ja, das funktioniert gut. Und du hattest ja auch in der Multiplayer-Sendung bemerkt, dass es für seine Zeit auch relativ innovativ war, dass wenn man zum Beispiel außerhalb des Bildschirms geklickt hatte, dann das Menü ausging. Stimmt, ja. Das ist ein sehr schönes Detail. Es kommt auch wirklich auf das Joystick an, was man damals verwandt hat oder heute verwandt hat. Als ich mit dem Competition Pro das gespielt habe, war es wunderbar. Da konnte man wirklich mit den Mikrotasten so fein justieren, dass einem der Bohrkopf nicht so schnell kaputt gegangen ist. Leider ist mir während des Spieles der Competition Pro irgendwie kaputt gegangen und deshalb musste ich den Ersatz nehmen und zwar vom C64 Mini hatte ich ja den Joystick genommen und das war ja ein Albtraum. Und Selma, das war genau der Joystick, den ich dann benutzt habe, als wir beide gespielt haben und ich dann die Steuerung für dich übernommen habe. Und es tut mir echt leid, dass ich das so kläglich versagt habe, aber das lag echt an der Hardware, ja. Klar. Nicht am Licht und nicht am Platz. Nee, nee. Also ansonsten bin ich bei dir, die Steuerung ist top und wenn man dann sich Richtung Spielumfang mal bewegt, das ist ja auch immer ein Thema mit der Steuerung auch, ich erinnere nur an Track and Field oder Declaton, solche Spiele, da ist man schon ganz froh, dass die Spiele nur fünf bis zehn Minuten lang sind, weil einem dann wirklich die Arme wehtun aufgrund der Steuerung durch den Joysticks. Hier haben wir es, glaube ich, mit einer Spielzeit, ich glaube, ich habe für die Partie, die ich dann auch gewonnen habe und die ich im Replay gezeigt habe, bis dann nach drei Jahren, Ticker, viereinhalb, fünf Stunden gebraucht. Also eine ganz passable Spielzeit, nicht zu lang, nicht zu kurz. Also gelangweilt habe ich mich nicht. Aber würdest du es denn nochmal jetzt in deiner Freizeit weiterspielen wollen? Hm, ich überlege gerade, ob ich es, nee, ich würde es glaube ich, selbst wenn wir uns an einem Nachmittag mal treffen würden und sagen, lass uns mal irgendwas jetzt die nächsten Stunden spielen, wir würden bestimmt was Besseres spielen, womit wir mehr Spaß haben würden wie Eul Imperium. Nee, also ich würde es nicht nochmal spielen. Und da bin ich auch bei dir. Also ich bin froh, dass ich dieses Replay gemacht habe, aber es reicht. Also ich glaube nicht, dass ich es weiterspielen werde oder nochmal spielen werde. Es ist anders als bei Patricia, wo ich jetzt langsam wieder Lust bekomme, den Spielstand zu laden, den ich zuletzt hatte. Diesen Effekt habe ich hier überhaupt nicht, leider. Aber gut. Und meinst du nicht, das liegt dann auch wirklich daran, dass es nicht so viele Optionen gibt? Wie zum Beispiel an irgendwie das an andere Raffinerien zu verkaufen oder, keine Ahnung, sich zu entscheiden, was für Treibstoff man daraus produzieren will. Und dann vielleicht in anderen Ländern andere Benzinpreise hat. Und ich glaube, das wird das Ganze doch schon spannender machen. Das mag sein, aber auch wenn du diese Optionen im Spiel hättest, solange es nicht diese Feedbacks des Spiels geben würde, ob zum Beispiel deine Detektive erfolgreich sind. Ach so, ja, die ganz raus. Sorry. Das habe ich nicht gesagt. Okay, die ganz raus, dann können wir wieder drüber reden. Aber so ist es wirklich ein Glücksspiel, bei dem man wirklich nicht weiß, was am Ende rauskommt. Und da ist mir meine Lebenszeit ehrlich gesagt ein bisschen zu wertvoll. Da hast du recht. Ja, absolut. Und wenn du das jetzt nochmal matchst mit deinen Kindheitserinnerungen. Du hast schon gesagt, früher kam es komplexer vor. Aber war früher nicht alles größer? Das stimmt. Früher war alles größer. Aber ich überlege gerade, welche Wirtschaftssimulation ich dazu gespielt habe. Also ich würde es wahrscheinlich auch mit Ports of Call vergleichen. Ungefähr das Gleiche. Dieser Action-Teil von Ports of Call. Oh, die Hafeneinfahrt. Ja. Fand ich total kacke. Das hat das Spiel Ports of Call für mich komplett kaputt gemacht damals. Und ich weiß gar nicht, wie komplex Ports of Call vom Wirtschaftsteil her ist. Kann ich mich irgendwie nicht daran erinnern. Ich erinnere mich nur immer an diese blöde Hafeneinfahrt. Und ich glaube, ansonsten habe ich so Wirtschaftssimulationen zu dem Zeitpunkt noch gar nicht gespielt. Also es könnte sein, dass es mir früher sowieso alles größer vorgekommen ist und komplexer vorgekommen ist. Aber es ist so viel flacher wie in meiner Erinnerung. Das hat mich überrascht. Sagen wir es so. Also ich hatte da noch viel mehr Möglichkeiten in Erinnerung. Ohne genau zu wissen, welche Möglichkeiten das sind. Aber einfach nur das Wissen, da muss es irgendwie mehr gegeben haben. Ja. Aber Ports of Call ist ein gutes Stichwort. Ich kann mich an Ports of Call gut erinnern. Aber ich kann mich auch daran erinnern, dass ich irgendwann echt gelangweilt von dem Spiel war. Und zwar gelangweilter als hier von All Imperium. Das kann gut sein. Und da wäre wirklich vielleicht der Vergleich echt mal ganz gut, dass wir mal das wirklich mal in Angriff nehmen zeitnah. Also wenn es irgendeinen Zuschauer gibt, der seine Ports of Call Amiga Version zu einem vernünftigen Preis loswerden möchte. Genau. Mail at prettyoldpixel.de Das wäre echt super. Und dann versprechen wir auch, machen wir ein Replay zu Ports of Call. Du versprichst das. Ich verspreche es. Hoch und heilig. Gut. Das muss ich nachher auch noch eins machen. Ah, okay. Nein. Wir machen dann den Multiplayer. Natürlich mit der PC-Version. Okay. Gut. Selma, hattest du dir nochmal angeschaut, welche Bewertung das Spiel damals bekommen hatte? Ja, ich hatte in die Powerplay geschaut und zwar in die Powerplay 789 und da hat es eine, ja, Gutbewertung bekommen. Powerplay-Bewertung 70%, Grafik 69%, Sound 68% und Schwierigkeit Mittel. Ja. Ich kann ja mal einfach kurz den Bewertungskasten vorlesen. Ja, super. Ich weiß gar nicht, wer das ist. Der ist mit G.O. abgekürzt. Ein Wirtschaftsspiel mit Geschicklichkeitseinlagen. Das ist eine nette Mischung. Die Zwischenspielchen sind zwar nicht sonderlich originell, sorgen aber gerade mit mehreren Leuten für einigen Spaß. Wer bei Spielen wie Ports of Call, siehst du schon wieder, gern Tanker rangiert, wird auch die Einlagen zu schätzen wissen. Ansonsten wird bei Oil-Imperium wenig geboten, was man nicht schon in anderen Wirtschaftsspielen gesehen hat. Sie erwerben Ölquellen, verkaufen Rohöl zu möglichst günstigen Bedingungen. Interessant sind die illegalen Aktionen. Die finden die illegalen Aktionen also interessant. Mhm. Die man noch ausführen kann. Ansonsten ist Oil-Imperium gut gelungen. Eine fetzige Titelmusik mit treibendem Bass stimmt den Spieler auf die Ölsuche ein. Die Grafiken sind ordentlich gezeichnet und die Bedienerführung, das ist ja auch ein interessantes Wort, Bedienerführung, gut. Für Fans von Wirtschaftsspielen ist Oil-Imperium eine lohnende Anschaffung. Hm. Ja. Gut, damals konnte man das so unterschreiben, aber das war jetzt auch die Amiga-Version, oder? Amiga, genau. Weil ich habe hier zum Beispiel gesehen, dass die ASM für die PC-Version 77 Punkte vergeben hat und da weiß ich echt nicht, was sie hier geraucht haben. Vor allem, ich lese das mal vor. Die MS-DOS-Version ist nicht zuletzt wegen der relativ hohen Grafikauflösung für die EGA-Grafikkarte vollends gelungen. Sieht man mal vom sogenannten Sound-Up im Herkules-Mode und CGA-Format dieser Oil-Imperium ebenfalls spielbar. Und das erklärt es vielleicht, es muss scheinbar eine EGA-Version geben. Und eine Herkules, okay. Die wir beide noch nicht gesehen haben. Das heißt, das sollten wir vielleicht auch im Nachgang zu dem Abschlussgespräch doch nochmal auf Recherche gehen, Selma, ob es uns nicht gelingt, die EGA-Version mal auf dem Bildschirm zu zaubern, weil das würde mich jetzt auch interessieren. Hm. Müssten wir mal gucken. Also ich bin auch verwundert gewesen, ob der großen Diskettenmenge, aber das würde es dann ja erklären. Also da gehen wir nochmal in die Prüfung, okay? Super. Ja, meine Damen und Herren, ich glaube, wir sind jetzt am Ende unserer Sendung angelangt, am Abschlussgespräch. Ich glaube, es gibt nicht mehr viel zu sagen zu dem Spiel, außer dass es ein schönes Replay-Format war und wir auch wirklich viel Glück hatten, dass es uns gelungen ist, Tobias Richter zu überzeugen, das Interview zu geben. Mhm. Was wir noch vergessen haben. Empfehlung. Würden wir das heute noch jemandem empfehlen? Würdest du das noch jemandem empfehlen heute? Ja, würde ich. Ich würde es empfehlen als Spiel zwischendurch für jeden Fan deutscher Witcher-Sumulationen. Auf jeden Fall. Ob man das dann wirklich länger spielen muss, das glaube ich dagegen nicht. Aber so ein verregneter Nachmittag, das glaube ich, macht schon Sinn. Auch wenn man mit vielen Elementen vielleicht gar nichts mehr anfangen kann. Das Spiel ist inhaltlich natürlich gealtert. Die Welt 1989 sah natürlich ganz anders aus, wie sie heute aussieht. Da gab es kein Ökostrom, keine Ökoaktivisten. Ich weiß noch nicht mal, ob Joschka Fischer da schon im Landtag in Hessen saß. Ich glaube schon, aber ich bin mir da nicht so sicher. Also an der Stelle ist das Spiel nicht gut gealtert. Aber für alle, die wirklich mal Lust haben auf eine Wirtschaftsumulation, die nicht zu anspruchsvoll ist, da kann man glaube ich schon mal das Spiel spielen. Wenn du jetzt, das habe ich mit Dirk die letzten Male auch immer eingeführt, dafür gibt es hier in unserer Tabelle auch keinen Punkt. Aber wenn du jetzt aus heutiger Sicht eine Bewertung abgeben müsstest von 1 bis 10, wobei 10 das Beste ist. Also ich würde schon bei einer 6 landen wollen. 6,5, aber nicht höher, aber auch nicht drunter. Also bei mir wäre es ein Punkt niedriger. Also 5 bis 5,5 würde ich sagen. Einfach weil mich dieses Zufallsprinzip irgendwie grundsätzlich mehr nervt wie andere Leute. Ich weiß auch nicht, warum das ist. Das ist Geschmackssache am Ende. Genau. Aber dann liegen wir ja gar nicht so weit auseinander. Nee. Gut, wunderbar. Aber jetzt haben wir es, oder? Jetzt haben wir es. Jetzt haben wir es. Und hier, die Tabelle bitte ergänzen. Nee, das machen wir immer mal so. Weil wir ja grundsätzlich gesagt haben, wir wollen keine Bewertung in Prozenten oder Punkten abgeben, sondern halt so eine Abschätzung. Darum ist es ja auch kein richtiges Review, sondern mehr so ein Abschlussgespräch. Aber ich finde es halt trotzdem ganz interessant, dann nochmal am Ende wenigstens so ein paar Punkte aus persönlicher Sicht zu vergeben. Die sind ja auch sehr subjektiv. So ist es. Und ich finde ja schön, dass wir das ja auch wirklich rückwirkend zwar machen, aber mit Blick auf aktuelle Spiele. Genau. Und das ist eine Besonderheit ja bei uns bei dem Pretty Old Pixel, die Brille, die wir hier aufhaben. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum es die Leute mögen. Ja. Gut, Selma. Na ja, dann, meine Damen und Herren, bleibt mir nichts anderes übrig, als allen noch einen wunderschönen Tag zu wünschen. Und wir hoffen, dass ihr bald wieder bei den Pretty Old Pixels reinschaltet. Also, bis dann. Tschüss. 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 Tschüss.